Hallo liebe Leute, hier auf meinem neuen Kanal, hier die Champions League Adrenalinkarten 2014, 15, hier die Packs, also es gibt 2 Legenden, 3 Inventiveness, 1 Trophäe, 1 Ball, 6 Double Drabble, 3 Eladissima, 9 Game Changer, 6 International Stars, 150 Teammates, 25 Club Logos, 25 Master, 27 Stefansifrogs, 25 Rising Star, 27 Fans Favorites, 25 Want to Watch, 18 K-Player, 9 Experts. So, hier einmal mit Neymar, André Pirlo und Lasse Schöne, mit Cez Fabregas, Marco Seuss und Mandzukic, hier mit Pjanic, Ibrahimovic und Sergio Ramos. Hier ist es Onlinespiel www.paniniadrenalin.com Hier Roman Weidenfeller, Andreas Iniesta, Eden Hazard, Kazim Benzema in Game Changer und Javinho und den Oscar in Master. Da mache ich jetzt das hier auf. Hier Mario Suarez von Atlético, Sebastian Kehl von BVB, Marek Sushi von Vase, ich kann nicht alle gut ausbrechen. Philipp Lahm vom FC Bayern München, ein K-Player, Thiago Silva von PSG und Dennis Breit von Anderlecht. Danach, hier jetzt dieses Text. Markus Halsdi von Malmö, Nick Viergeva von Ajax, Marcio Fernandes von Moskau, Niklas Gaetan von Benfica, Ein Mann, Abden Noah von AS Monaco und Klublogo FC Barcelona. Jake Wheelchair von FC Arsenal, Jijon Lee Buffon von Juventus, Lima von Benfica, Josi Tillmans von Anderlecht, Leonardo Castan von ASROOM und Wesley Snyder von Galatasaray. Das lässt sich weg. Sosan Tosic von Moskau, Emre Can von Liverpool, Philipp Lahm vom FC Bayern München, Diego Costa von Chelsea. Jawohl, ein Game Changer, Clublogo, Schalke und Klassian Juntela, ebenfalls von Schalke. So Leute, das war's, wenn's euch gefallen hat, dann hoch und wir sehen uns im nächsten Video. Hasta la vista, tschüss. Bis zum nächsten Mal.